Langbogen versus Sportbogen. Pass auf du, ich zeig dir wie das geht. Hä? Schlecht. Na warte. Ah, das schaffst du nicht, hä? Na los, mach schon. Ich zeig dir mal wie das geht. Pfeil! Unfair. Noch ein Pfeil. Kunststücke? Na, das kriegst du nicht. Ja, dafür kann ich viel weiter schießen als du. Pass auf, du kommst viel weiter hinten. Treff sicher und mit zwei Pfeilen. Aha. Okay, zwei Pfeile her. Das kriegst du nicht hin. Und? War Robin Hood. Oh, dafür schaffst du nicht, auf Menschen zu schießen. Wenn ich das treffe, treffe ich auf Menschen. Haha, das hat der Mensch schon platt gemacht. Was, du? Das ist, das ist... Na warte. Dir zeig ich's. Pass auf. Hä? Hab ich dich getroffen? Dööö.